Sch. 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 Das wird zwar auch interessant, aber ne. Seven Days to Die wird angefangen und dann werden wir eventuell noch auf das eine oder andere Spiel wechseln. Für Seven Days to Die habe ich einen neuen Charakter erstellt, mit dem wir dann sozusagen ganz frisch anfangen können. Das heißt, wir setzen also nicht das fort, was wir eben Let's Play machen, sondern ganz, ganz von vorne. Und ja, ich hoffe, ihr seid zahlreich da. Guckt auch gerne mal zwischendurch rein, wenn ihr nicht die ganze Zeit über könnt. Vielleicht aber zwischendurch mal reinschauen. Wir sind auf jeden Fall da. Denkt dran, Freitag, 5.2. ab 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal, den ich hier auch noch unten verlinken werde. Den werden wir nämlich wieder mal entstauben. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, fürs Reinschalten. Schaut in unsere Let's Plays. Und wir sehen uns. Bis dahin. Bye. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.